Was war heute eigentlich ein gutes Spiel? Es war heute eigentlich ein gutes Spiel. Am Anfang haben wir jetzt zu viel... Also wir haben schlechte Defens gespielt. Es war da einfach vor allem die 45 Vaters, glaube ich, zu viel gescored. Und wir müssen mehr ackern im Spiel und bei unserer Defens arbeiten und besser in der Offense abbrechen. Und dann können wir auch weichere Spieler gewinnen und auch gegen bessere Teams gewinnen. Die Ostrava finden die Team sehr, sehr interessant. About uns, ich glaube, es ist eine Geschichte, eine Geschichte von zwei verschiedenen Spielern für uns. Die erste Halte und die zweite Halte. Ein ganz anderes Effort, und das ist ein großes Thema für uns und die Team. Für uns ist es immer die Frage, wie wir spielen, wie wir gewinnen oder verlieren. Und ich glaube, dass die Leute ein sehr guter Schritt in der zweiten Halte haben wir in der ersten Halte, Energie und Fokus. Wir versuchen, das zu halten. Wir haben eine schwerste Zeit. Wir sehen uns, wir können uns auf der ersten Halte und Fokus und Energie halten. In der ersten Halte und Fokus bei mir. Also, das war das Problem. Wie gesagt, war es ein schwerer Spiel, als den, der wir uns in der ersten Zeitung erwartet. Man sieht, dass es schon ein選er von irgendwelchen Händen hat. Er hat seine Qualität. Er hat auch die Händen. Die Händen waren relativ hoch, also mussten wir uns mit dem Wettbewerden. Wir haben wir in der Spiel Energie. und ich bin froh, dass wir dann auf die Schlussfolgerung haben und auch die anderen Spieler gewinnen und den ganzen Team gewinnen.